Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Pokemon und ja und wo sind wir? Sind wir etwa im Fels Tunnel? Ja. Was haben wir hier? Escape Rope. Ich habe gar keine Ahnung wo wir sind. Alter! Rioran! Ist das Drach-Pokemon? Alter! Noch ein super Ball. Jetzt ist aber die Frage, ne? Wie komme ich hier raus? Warte mal. Sorry, ich muss das mal eben. Fels Tunnel Pokemon. Ich will da auf Poke-Wiki. Sorry. Akzeptieren. Mein Gott, gib mir nicht auf die Nerven. Ja, die Frage ist halt, wo geht's hier lang? Ich glaube, ich tue zwar das Flugzeil und hier dann selbst. Die Frage ist halt, wo geht's hier lang? Gibt's hier mal eine Wegbeschreibung? Ich kämpfe hier gerade gegen einen Heiker. Ich kämpfe hier gerade gegen einen Heiker. Wo bin ich hier? Urabi? Okay. Ähm. Wo bin ich? Ich weiß nicht, ob wir die erste oder zweite Ebene sind. Wo bin ich? So. Kommen wir von hier? Ähm. Nicht du mehr von mir. Jetzt zieh dich. Alter, ich hab keine Ahnung. Also mal so 0. Boah. Ich mach ihn. Klee-Man. Klee-Man. Oh, wir haben ihn sogar. Intensität. Shit. Weheer-Shangro, als ich dachte. Ja, mein Nacken. Haben wir keinen Schutz oder so? Sonic-Birds. Ich hab gar keine Lust drauf. Müsste grad gucken. Ich glaub ich weiß, wie wir ungefähr sind. Nein. Da links müsste gleich was sein. Da müsste noch zwei Trainer sein. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich sehr easy kämpfen könnten. Ich weiß, wo wir sind. Ich seh's hier grad auf den Bildern. Die Zertrümmersteuner haben's mir grad preisgegeben. Gleich kommt ein Kampf. Ja. Es ist aber der Weg, den wir gehen müssen. Basic Insect. So, das geht ja eigentlich recht fit. Rubika Funkel. Okay. Ah, Double Kick. Nice. Uh, Joanna. Oh, Tackle-Vec. Uh, Joanna. dass ich schnell bin ja bin ich perfekt da oben muss irgendwo ein Pokéball sein, Max Aether, macht's ja gut jetzt links und da ist dann eine Treppe also wir sollten weiter machen, das ist unser höchstes Pokémon haben wir noch Tränke, ah haben wir, ist ja schön das ist doch ein Heiker da ist auf jeden Fall Leiter gleich rum und weiterer Trainer, mal sehen ob wir da hochkommen bitte nicht flinchen perfekt crit auch noch noch ein klein mehr ok jetzt ein Anruf, der nicht verfehlen kann perfekt jetzt sehe ich das, Ryuran na wunderbar so Feuerpokémon aber wir haben Guts, ne, glaube ich das heißt diese paralysiert, das heißt wir müssen eigentlich viel Schaden machen perfekt danke geben wir mal die Super Potion diese Animation auch ziemlich nervig, um echt zu sein haben wir einen Parahiler haben wir einen Beere, die Paraniese halt ja ist das echt schön ist das einer der Kämpfe, der ist offensichtlich, aber ist er, ist er bewachte hier den Ausgang drauf hoffe ich ja übrigens weiß ich wohl auch für sich auch warum sich Marco entschuldigt hat, als er über diese Save Datei geschickt hat jetzt einfach im Text entschuldigt ich hoffe einfach, dass ich hier nach das nicht mehr brauche das ist ein Geistpokon das ist ein Geistpokon, weil das hier nur Red Ice dran so jetzt ich bitte mal nicht selbst staunen ja kannst ruhiger Witz sein Hauptsache schlägst jetzt jetzt komm danke ja jetzt ich bin nicht so nicht so ich glaube ich weiß wo ich bin ich glaube du kommst hier raus ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir kommen hier raus Avian du siehst nach dem Flugmannshaus du bekommst jetzt erstmal ein schön du war beauftragten Dämonen ab da ist 11.25 ich lernst du was ne leider nicht Jiraigumo lol ist das Käferpokémon oder was das ist scheiße fuck okay trifft gut zweimal nice aber wer ist ein Schrei war das ist das für euch pokémon naja ist doch zu dark das zwei trainer da oben ist gleich pokémon das glaube ich doch da ausgang schon ja kommen wir recht flott voran also egal wie lange es verdauert ich würde mag hier schon raus helfen doch ich bin nämlich jetzt draußen von der drehen wäre jetzt mal drin von der war weg sagen wird es gestiegen ist gut zu bika funke zerstört ich frage mich wann er sich entwickelt sie aber verdammt viele gestein und normale poko in diesem game ist unglaublich also ich habe ganz also damit kriegst du es machte das doch mal so perfekt leiste 26 jetzt also nicht das spiel und zwar das alte jetzt langsam ich packe zusammen da vorne und der kann sich um die kreiske halte ich ihn noch einmal komm schon ich habe hier noch drei minuten ungefähr da ich jetzt so langsam mal ja ich diese reine vorwärts mich gerade irgendwie nervt in dieser hülle zocken ich hoffe dass das nur ein gesteins pokon ist kürze schön kürze auf die ja meinigen kommt raus raus hier schockwelle der alten ahnen oder so sonic birds zerstöre ich komm ja komm hier ja mann 0620 und jetzt lasst mich hier raus hallo ja ja konami will do anything for the sake of money, there is no job too dirty, no deeds to highness, no crime too wicked ja hast recht oh man bekämpft wir Konami oder Team Rocket, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen um recht zu sein das tower filled with ghosts of cards that Konami killed with the burners this is where cards go when they are sent to the graveyard alter man, du siehst weise aus back in my day we bury people, no cards steht hier ja, aber das kann ich gerne Marco machen, ich bedanke mich fürs zuschauen und auf wiedersehen tschau